Die Wahlsaison hat begonnen und Sie können nun Ihre Favoriten wählen. Denn bei den renommiertesten Automobilwettbewerben stehen zurzeit gleich mehrere BMW-Modelle zur Wahl. Dreimal haben Sie die Möglichkeit, BMW ihre Stimme zu geben und dabei Preise wie den neuen BMW 1er oder den neuen BMW M5 zu gewinnen. Wer ist Deutschlands Liebling? Stimmen Sie ab beim Gelben Engel 2012. Der renommierte Preis wird jährlich vom ADAC-Club vergeben in den Kategorien Qualität, Innovation und Umwelt, Zukunft und Persönlichkeit. Welches Automobil bei Deutschlands Autofahrern am meisten punktet, das entscheiden die Leser selbst. Sie wählen in der Kategorie Auto das Lieblingsauto der Deutschen. Individualität ist Ihnen wichtig? Dann stimmen Sie für den neuen BMW 1er mit seinen charakterstarken Lines Sport und Urban und für seine ausgereiften technischen Innovationen wie den Eco-Pro-Modus oder den innovativen BMW Connected Drive-Dienst Real-Time Traffic Information. Sie legen Wert auf hochwertiges Design? Dann geben Sie Ihr Votum der neuen Sportlimousine von BMW, dem zeitlos schönen BMW 6er Coupé. Stichtag für den gelben Engel ist der 31. Oktober. Wer erhält die Autotrophy 2011? Zum 24. Mal ruft die Autozeitung zur großen Leserwahl auf. Von BMW konkurrieren allein vier Modelle um die begehrte Auszeichnung aus der BMW 1er, 3er, 5er und der BMW 6er Reihe. Ihr Favorit ist effizient und gleichzeitig dynamisch? Dann stimmen Sie für den BMW 5er Touring mit dem vielfach preisgekrönten Technologiepaket BMW Efficient Dynamics für weniger Verbrauch und mehr Fahrfreude. Teilnahmeschluss für die Autotrophy 2011 ist der 8.11.2011. Wer gehört zu den besten des Jahres? Das fragt die Fachzeitschrift Auto, Motor und Sport und ruft Ihre Leser zur Wahl der besten Autos 2012 auf. Stimmen Sie auch hier für Ihre Favoriten. In der Kategorie Kompaktklasse ist der neue BMW 1er nominiert. In der Kategorie Geländewagen stehen nun unsere BMW X-Modelle zur Wahl. Legen Sie Wert auf Innovationsführerschaft in exklusivem Ambiente? Dann stimmen Sie in der Kategorie Luxusklasse für die BMW 7er Limousine. Auch hier sorgt BMW Connected Drive für die perfekte Vernetzung von Fahrer, Fahrzeug und Umwelt. Einsendeschluss für die besten Autos 2012 ist der 5. Januar. Wählen Sie Ihre Favoriten und gewinnen Sie Preise wie den neuen BMW 1er oder den neuen BMW M5. Ausführliche Informationen zur Teilnahme an allen Wettbewerben finden Sie unter bmw.de Wahlsaison.